Die zwei häufigsten Gründe, warum meine Klienten oder Klientinnen nicht erfolgreich sind beim Bewerben, sind entweder schlechte Unterlagen oder sie haben sich auf die falschen Jobs beworben. In diesem Video möchte ich Ihnen gerne erklären, wie Sie in nur drei Schritten zu einer erfolgreichen Bewerbung kommen. Mein Name ist Annette Brinek, ich bin die Business Coach aus Wien und ich coache zu den Themen Bewerbung, Karriere und Führung. Schritt 1 zum Erfolgreich bewerben, über und unter Qualifizierung ausschließen. Der erste Schritt und die wichtigste Voraussetzung überhaupt ist, dass Sie sich den richtigen Job aussuchen. Was meine ich damit? Sie müssen versuchen, ein Inserat zu finden, das sich mit allen Ihren Kriterien tatsächlich matcht. Das bedeutet, dass Sie sich vorher ganz genau überlegen müssen, welche Jobs passen aufgrund Ihrer bisherigen Erfahrungen, Ihres Know-hows und Ihrer Ausbildungen tatsächlich zu Ihnen. Ich erlebe es leider bei meinen Klienten und Klientinnen sehr häufig, dass sie für die Jobs entweder überqualifiziert oder unterqualifiziert sind. In beiden Fällen passen Sie nicht zu den Jobs oder zu den Inseraten, die Sie sich ausgesucht haben. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, woher nehme ich das, dass Sie über- oder unterqualifiziert sind. Ganz einfach. Ich schaue mir die Unterlagen an, die Bewerber oder Bewerberinnen verwendet haben, um sich auf einen Job zu bewerben und stelle fest, dass die Anforderungen aus dem Inserat nicht mit dem zusammenpasst, wie sich der Bewerber oder die Bewerberin in den Unterlagen dargestellt hat. Entweder kann ich nicht erkennen, warum sich ein Bewerber überhaupt auf einen Job bewirbt. Das ist jetzt vor kurzem passiert. Und zwar, weil ich nicht erkennen konnte, dass der viele Jahre in einer Firma gearbeitet hat und sich jetzt in einer ähnlichen bewirbt. Und das ist einfach daran gelegen, dass ich über diese Firma überhaupt keine Auskünfte im Internet finden konnte, weil es die Firma mittlerweile nicht mehr gegeben hat. Warum ich über diese Firma nichts gefunden habe, hat unter anderem damit zu tun, dass der Bewerber aus dem Ausland kommt und sich diese erste Firma, in der er gearbeitet hat, viele Jahre gearbeitet hat, sich auch im Ausland gefunden hat. Und das Problem war also, diese Firma gab es nicht mehr. Und deshalb konnte ich nicht einmal feststellen, in welcher Branche diese Firma überhaupt tätig war. Und lassen Sie sich gesagt sein, die Mühe, die ich mir gemacht habe, macht sich der Personalist natürlich nicht. Der googelt nicht nach einer Firma, die er nicht kennt, die sich im Ausland befindet. Und der googelt nicht, ob das eventuell passen könnte, so Sie nicht der einzige Bewerber auf dieser Stelle sind. In vielen Fällen kommt es vor, dass Bewerber oder Bewerberinnen sich durchaus bewusst auf einen Job bewerben, für den sie überqualifiziert sind. Sie wollen es aber trotzdem, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist es wichtig, dass Sie bereits in Ihren Bewerbungsunterlagen irgendwie ersichtlich machen, dass Ihnen das durchaus bewusst ist. Aber geben Sie einen Grund an, der für den Personalisten oder für die Personalistin nachvollziehbar ist. Und so, dass sich die denken können, okay, das ist ein nachvollziehbarer Grund und diese Person könnte für mich interessant sein. Andernfalls wird der Personalist oder die Personalistin eventuell stutzig, warum Sie sich denn auf einen Job bewerben. Wo Sie ganz offensichtlich überqualifiziert sind. Und dann denken sich diese Leute, dass sie aus irgendwelchen anderen Gründen bislang erfolglos beim Bewerben waren. Oder aber Sie denken sich, dass sie nur vorübergehend diesen Job haben wollen und sich dann sehr schnell einen neuen suchen werden. Und in beiden Fällen ist leider die Wahrscheinlichkeit, dass man Sie nicht einlädt hoch. Stellen Sie also im ersten Schritt sicher, dass alles, warum Sie sich tatsächlich auf einen Job bewerben, auch in Ihren Unterlagen ersichtlich ist. Schauen Sie, überlegen Sie, ich bewerbe mich in dieser Firma, weil ich Erfahrung in einer anderen gesammelt habe und die sehr ähnlich ist in diesem Inserat, in dieser neuen Firma. Und dann überprüfen Sie Ihre Unterlagen, ob das auch erkennbar ist. Und in vielen Fällen ist es das nicht. Wenn Sie unterqualifiziert sind, dann sind die Chancen, dass Sie eingeladen werden, dann generell gering, so es sich um ein Gebiet handelt, wo es sehr, sehr viele Bewerber gibt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es mir sogar in einem solchen Fall schon einmal gelungen ist, die Bewerbungsunterlagen so zu schreiben, dass wir tatsächlich eingeladen wurden und auch den Job bekommen haben. Nur das Problem war, der Bewerber war nur auf den ersten Blick unterqualifiziert. Erst als wir dann seine außerschulischen Tätigkeiten, nämlich vor allem im elterlichen Betrieb, dargestellt haben, dann war seine Qualifizierung passend. Zusammenfassend ist daher zum ersten Schritt, sich erfolgreich zu bewerben, zu sagen, dass Sie bitte unbedingt schauen müssen, dass die Gründe, warum Sie sich beworben haben, die Anforderungen im Inserat mit den Kriterien, die Sie in Ihren Unterlagen dargestellt haben, zusammenpassen. Wenn Sie überqualifiziert sind, dann begründen Sie, warum Sie sich bewerben. Und wenn Sie unterqualifiziert sind, dann gibt es einen Grund, warum Sie sich trotzdem bewerben wollen. Und dann ist es notwendig, dass Sie das so darstellen, dass Sie sagen, ich kann das, was du vorderst, wenn auch ich es nicht in der Schule oder im Studium gelernt habe, ich kann es trotzdem aus anderen Gründen. Erklären Sie es. Schritt 2 zum Erfolgreichbewerben. Passt das Unternehmen zu mir und passe ich zum Unternehmen? Und wenn Sie ein Inserat gefunden haben, von dem Sie glauben, dass die Kriterien, die dort gesucht werden, gut mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Ausbildungen und Ihrem Know-how zusammenpassen, dann ist es Zeit, sich über das Unternehmen zu informieren und zu schauen, was haben denn die für Werte und zu schauen, passt dieses Unternehmen zu mir bzw. passe ich zum Unternehmen? Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass das Unternehmen nicht zu Ihnen passt, weil Sie sich mit den Werten nicht identifizieren können, weil Sie das Gefühl haben, die Unternehmenskultur ist keine, in der Sie sich wohlfühlen, dann macht es auch keinen Sinn, sich zu bewerben. Je häufiger Sie sich auf Jobs bewerben, die gar nicht zu Ihnen passen bzw. für die Sie nicht passen, desto häufiger bekommen Sie natürlich auch Absagen. Und dann dreht sich die Schraube der Frustration immer weiter nach unten, je häufiger Sie Absagen erhalten. Schritt 3 zum Erfolgreichbewerben. Passen meine Unterlagen zum Unternehmen? Und wenn Sie jetzt diese vielen Überlegungen angestellt haben und sich die Homepage genau angeschaut haben, dann wird es Ihnen auch gelingen, geeignete Unterlagen für das Unternehmen zu verfassen. Sie haben ein Gespür bekommen für dieses Unternehmen und dann werden Sie natürlich auch Ihre Unterlagen dem Unternehmen anpassen. Ich habe jetzt vor kurzem eine Bewerbung gesehen, die zum Stil des Unternehmens überhaupt nicht gepasst hat. Und der Bewerber konnte einfach in seinen Unterlagen einfach vom Stil her nicht drüber bringen, dass er der geeignete Kandidat für dieses Unternehmen gewesen wäre. Und ich war überrascht, weil als ich ihn dann per Videocall, also über Teams kennengelernt habe, war er jemand ganz anderer, als ich ihn in den Unterlagen eigentlich wahrgenommen habe. Das heißt, passen Sie sehr auf, dass Sie den ganzen Stil Ihrer Unterlagen dem Unternehmen anpassen. Und da kann es durchaus sein, dass Sie mit verschiedenen Designs arbeiten müssen.